So, jetzt kommen zwei junge Männer zu uns, die etwas sehr interessantes machen und das Phänomen muss, glaube ich, auch erklärt werden. Sie sind die Stars der Let's-Play-Szene. Eine Szene, in der Menschen Videos von sich ins Netz stellen, wo sie Videospiele spielen und dann darüber reden. Gut, wenn man sonst nichts hat im Leben, warum nicht? Hatten wir doch heute schon mal, oder? Oder man spielt hier Kürbistrompete. So, hier sind Gronkh und Sarazar, herzlich willkommen. So, jetzt müsst ihr das mal den Leuten erklären, die sich nicht in dieser Szene bewegen. Das ist sehr erfolgreich auf YouTube, einer der Kanale mit den zweitmeisten Abonnenten, den ihr dort betreibt. Ja, meine Wenigkeit. Ja, und wie ist es dazu gekommen? Das ist jetzt kein klassisches Berufsbild, was man sozusagen in einer, also wie in Lehrberuf erlernt, sondern was bist du eigentlich? Eigentlich bin ich geschäftsführer, gesellschafter von der Firma, das ist die offizielle Bezeichnung. Wir wollten das eigentlich gar nicht so machen. Wir wollten eigentlich nur Spiele-Reviews machen für so ein Online-Portal, wo wir halt über Spiele reden. Und da gab es, da sind wir über diese Szene gestolpert und haben angefangen, selber auch mal einfach diese Videos voll zu quatschen mit irgendwas, was einem gerade einfällt. Irgendwelche spontanen Witze, teilweise auch aus dem eigenen Leben so ein bisschen Erfahrungswerte mitzugeben, ein bisschen Moralpredigten vielleicht. Und das Ganze ist dann irgendwann eskaliert und keiner weiß so genau, warum eigentlich. Warum gucken sich das die Leute an, weil sie neue Spiele kennenlernen wollen und die von euch bewertet haben möchten? Ich glaube, das ist ein Maß aus allen Dingen. Also wir machen das ja auch sehr vloggig, das bedeutet Videologbuch. Also wir gehen da auch auf unser echtes Leben ein, was treiben wir gerade, was machen wir an lustigen Sachen. Und ich glaube, du hast natürlich auch viel Humor, wir machen Witzchen da drin und all so ein Zeugs. Also ich glaube, es geht nicht nur ums Spiel, das Spiel natürlich auch, aber das ist so eine Fifty-Fifty-Mix aus beiden Faktoren. Gronkh und Sarraza, sind das eure Nachnamen oder sind das, äh, sind das Kuse-Namen? Nee, eigentlich heiße ich Valentin und Ramel, also nicht wirklich. Also wir haben halt irgendwann mal vor tausend Jahren irgendwelche Nicknames im Internet, waren wir auch noch klein. Okay, verstehe. Also das ist lange her. Der Gronkh hört sich ein bisschen an wie diese, äh, hier, wie aus, äh, wie der Zonk so ein bisschen. Passt auch zu ihm. Ja, das passt, das passt. War auch so geplant, das sollte eigentlich so ein einfältiger Troll sein damals, der von nichts eine Ahnung hat und so wollte ich damals meinen Supportjob bestreiten. Deswegen habe ich diesen Nickname damals erfunden und der hat sich bis heute irgendwie getragen. Ihr habt auch einen Clip gedreht, wo ihr GTA V gespielt habt. Ja. Das neue Megaspiel, ist es so gut, wie alle sagen? Schon geil. Schon geil, ja. Spielst du selber eigentlich? GTA V spiele ich, natürlich spiele ich GTA V. Sehr gut. Ich habe die Special Edition, da ist das Atomic Luftschiff schon freigestellt. Sehr geil, sehr geil. Ist noch keiner geflogen irgendwie? Nee, aber guck mal hier, am liebsten fliege ich mit meinem Buzzards Kampfhubschrauber über, äh, hier, über, über Mount Chariot. Also, du kannst mir jetzt viel sagen, wir kennen uns auch nicht supergeil aus und spielen. Also, wir sind ganz stinknormale Leute, wir sind jetzt auch nicht die Superkampfjetpiloten oder sowas, wir sind eigentlich casual. Du hast das wahrscheinlich, äh, machst nix anderes mehr außer GTA. Absolut, absolut, absolut. Heute Abend am Haus vom Zack GTA. Ich hänge einfach nur mit Trevor ab, auf Anna Sanchez und dann düsen wir durch Blaine County. Nee, egal. Absolut, da geht's ab. Gibt's ja noch andere Szenen aus der, außer der Let's Play Szene? Leute, die dann irgendwie anderes Zeug machen und dafür, sag ich mal, andere Kanäle entwickelt haben? Also, es gibt zum Beispiel Y.T.T. kennst du vielleicht, so mit Comedy und sowas und so. Ja, ja, ja. Da gibt's alles Mögliche. Also, du meinst jetzt nur Let's Plays quasi? Ja, ja, das ist ja nicht spezialisiert auf bestimmte Spiele, da ist aller Quatsch dabei. Von Karaoke bis zu Dance spielen, bis zu Ballerspielen. Was halt Spaß macht, wo man Spaß hat, das macht man einfach. Abenteuer auf dem Reiterhof spielt er auch sehr gerne. Hab ich auch schon gemacht, tatsächlich. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung fürs Leben einfach. Was habt ihr für Berufsausbildungen? Keine. Ich hab Internet, wirklich mit Internet hab ich angefangen damals. Ich hab mein Abi gemacht und dann hab ich gesagt, cool, ich mach eine eigene Website. Ich hatte damals schon eine, die war recht groß und dann hab ich gesagt, cool, das betreibst du weiter. Und hatte halt meinen Traum, den hab ich verfolgt. Und jetzt mittlerweile ist es halt eigentlich super. Nichts gelernt, nichts studiert. Abi. Aber du hattest damals auch kleine Ausbildungsdinger, heißt du, für diesen Bereich. Was willst du machen, ja? Also, ich, ja, ist halt so, ne? Muss irgendwie durch. Wie ist das bei dir? Ich bin Softwareentwickler, gelernt als Softwareentwickler. Ah, okay, das ist ja schon mal was. Genau, mach ich auch immer noch heimlich gerne mal. Software wird nicht überbewertet. Heutzutage gibt's die auch irgendwie. Ist das so, dass es jetzt, dass es mehr ist als Hobby? Also ihr könnt davon leben? Ja, wir haben aber auch verschiedene Sachen. Also wie gesagt, wir machen ja diese Let's Play Together Live, diese Sendung. Dann haben wir die normalen Let's Plays über YouTube. Websites. Websites. Also wir haben halt viele, viele, viele Sachen, viele Standbeine aufgebaut. Okay, also alleine würde das noch nicht reichen, selbst wenn man es professionell betreibt, um davon seine Brötchen zu verdienen? Eigentlich schon sehr gut. Also man kann mit YouTube auf jeden Fall leben. Es gibt sehr viele Leute, die betreiben das Vollzeit. Das ist nicht mehr so ein kleiner Spaten-Ding. Also das ist mittlerweile eigentlich schon eine recht große Nummer. Sie ist ja auch an YTT und Co. Was heißt gut leben? Ja, das darf man nicht sagen, weil das werde ich bei YouTube rausgeworfen muss. Das geht ja nach Klickzahlen, oder? Du verdienst über die Werbeeinnahmen, klar. Also das ist ganz normal, wie auch im Fernsehen. Da stehen da, weiß nicht was, eine Million Klicks, heißt pro Klick 0,1 Cent, oder was? Es wird gemungelt, wir wären jetzt Millionäre, weil die Umsätze so hoch sind. Wäre schön, ich würde mich freuen. Wäre gar nicht mehr so schlecht. Treffen wir uns auf der goldenen Yacht, aber leider. Ne, wir treffen uns hier beim Bischöchtig. Ja, da wünscht ihr euch weiterhin viel Erfolg damit. Also, wann ist die nächste Show auf meinem Video? Diese Woche noch? Also, die Show ist jeden Freitag 18 Uhr und Ende November ist Last Man Standing 8 Stunden Stream nonstop. Auch mit Nela und so wieder dabei. Okay. Das wird sehr lustig, glaube ich. Dann haut rein. Ja, cool. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, danke. Rock und Sarah, 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 nicht ziehen. Das war's für heute. Bitte begrüßen Sie die drei von YTT. Als wir jetzt noch mal wiederholen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.